konnichiwa anime und game otakus da sind wir wieder zu einem neuen part von overwatch und diesmal haben wir den halloween skin und beziehungsweise patch wo die ganzen halloween sachen da sind das wird jetzt den ganzen oktober bis zum november reingehen dass wir hier diesen halloween patch bekommen dass es skins gibt und auch dass alles düster ist und was weiß ich ich bin sehr sehr gespannt ich freue mich schon darauf man sieht schon wie das hier die atmosphäre ist ich bin sehr gespannt die musik im hintergrund hintergrund ist auch sehr geil ich suche gerade hier diesen ich suche gerade gerade ein match deswegen dauert es gerade ein bisschen es ist auf jeden fall sehr sehr geil overwatch halloween horror ich bin ein sehr sehr großer halloween fan deswegen bin ich sehr sehr gespannt und ich finde das so geil ich bin sehr sehr gespannt was jetzt alles auf uns zukommen wird wie geil vier stück nur what the fuck wow toll ich darf anna nehmen was denn das für ein scheiß unsere geschichte nimmt bald ihren lauf na toll jetzt haben sie alle geklaut der verrückte schankensteinsrache denn 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 wie geil alter guckt euch das mal an leute wie geil zomnik ok sehr interessant was ist denn hier los alter ist ja geil die zomk ist kommen sehr interessant was hier kommt krasse scheiße ich weiß nicht mal was hier abgeht wir sollen hier einfach rumballern ich habe jetzt 100 prozent gesammelt für was auch immer ist ja geil mit geschichte mit geschichte geschichte lol ok 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 gibt es ganz schön viel action ok ok hier gibt es ganz schön viel action so ok ok ich muss sagen das ist richtig geil oh mein gott der seelen ernte mit dem kerbiskorfen ist ja geil wie krass ich freue mich gerade so nütz wie ich mich gerade freue ich hätte gerne anderen charakter aber ich bringe uns sicher nach hause wie ich es immer getan habe ok ich komme über die brücke oh oh puh ok ist schon krass ich komme über die mauer ich komme über die mauer so wir müssen jetzt die ganze zeit durchhalten oder was so alter alter uuuhu ach quatsch das tor hat auch schaden wie ich sehe wir müssen aufpassen nö nicht wirklich wie du siehst nö nicht wirklich wie du siehst die Erde wehten als Dr. Junkenstein seine Schöpfung Dr. Junkenstein alter da 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 oh mein gott Frankenstein Road Dog als Frankenstein wie geil Die Kreatur des Doktors wurde zu einem Munster gemacht, dass er nachdrachtete, alles zu zerstören, was seinen Weg kreuzte. Ja, da habe ich gerade ein bisschen Angst. Leute, ihr müsst doch mal aufpassen, was er hier macht. Yeah, ich habe ihn. Ja, Mann, ich habe ihn gekillt. Juhu, ey, das macht so Spaß. Krasse Scheiße, ey. Wir müssen jetzt unter zwei Minuten noch durchhalten. Ja, jetzt kommt der auch noch, wa? Ja, Jesus Christ, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ah ja, interessant. Alter, was hier abgeht, ey. Ja, ist wirklich seltsam. Boah, was hier abgeht, ey, unglaublich. Kommen hier noch Gegner, oder? So, ich habe mit Schaden bekommen, sehr cool. Boah, ey, was hier abgeht, ich bin gerade fassungslos und bei Geistert zugleich. Schon wieder. Okay, jetzt geht es langsam ab, hier. Als die Alchemistin den Seelenärter tötete, überkam sie Trauer um den Menschen, den sie Angst in Kampel hatte. Alter, das ist so genial, das ist so genial. Alter, das ist so genial. Ich feiere das gerade so, ey. Die sind so super, was sie da erschaffen haben, ey. Das ist so, ich komme voll in Stimmung, das macht mega Spaß. Ups, jetzt habe ich hier voll falsch geworfen. Aber unglaublich gerade. Ich bin voll begeistert. Loy, Mercy! Die Hexe! Die Hexe ist da! Wie geil! Na toll, Mercy, du Verräter-Scheiß-Kuh! Okay, das sieht jetzt dann glaube ich wie wild aus, hier. Wir müssen Mercy ausscheißen. Mercy? Warne dich! Boah, was hier abgeregt der hat. Alter. Aber Mercy ist jetzt down, ne? Nur her. Oh, wie soll ich euch heilen, Alter? Boah, Alter. Junkrat, du Bastard. Doch mit einem letzten Gluck serviel Dr. Junkenstein vom Balkon auf uns Kastner. Wie geil ist das denn, Leute? Wie krass. Und Rein hat erzählt. Wie krass. Wie krass. Alter, wie nice war das denn eben? Das hat voll Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Das hat echt Spaß gemacht gerade. Die Stunde hat geschlafen. Boah, das war krass. Alter, Walter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir haben echt wirklich sehr, sehr gut das alles hinbekommen. Ich bin echt gerade sprachlos. Das hat wirklich mega Spaß gemacht. Krass, ne Scheiße. Ich grinse hier gerade die ganze Zeit und freue mich voll. Geil. Ich verlasse mal das Match. Krass. Das nächste Mal muss ich ein bisschen schneller sein, weil... Oh, Mercy, du Hexe. Das steht hier voll. Die geile... Äh, die böse Hexe meine ich. Nicht die geile. Äh, ja. Krass. Das sieht echt nice aus. Äh, Heldengalerie. Ich will mal wissen, was die anderen so sind. Skins. Was die so kriegen denn? Cool. Boah, Scheiße. Das sieht sehr gruselig aus. Nice. Was ist bei ihm? Das würde ich mir auch mal gerne angucken. Da. Aha. Interessant. Ich möchte schon gerne mal wissen, was die hier so für Skins bekommen. Aber ich gehe mal falsch. Oh, die kriegt gar keins. Okay. Sie wird gemobbt. Genji. Sprays. Warte mal. Ich habe jetzt aus Versehen, glaube ich... Was wäre... Was wäre ein Genji? Er kriegt auch nichts. Oh, die werden alle gemobbt. Ey. Krass ist scheiße. Ich will schon gerne mal wissen, was die anderen alle kriegen. Das wäre cool. Die haben auch noch nichts. Ich weiß ja nicht, ob alle was bekommen. Wäre aber schon cool. Bei Widowmecker würde aber auch was Böses noch zu ihr richtig krass passen. Mercy haben wir ja gesehen. Das sah auch ziemlich cool aus. Aber hier bei Farrah vielleicht? Ja, bei Farrah. Besessene. Oh. Oh mein Gott. Das sieht so creepy aus. Alter. Das sieht richtig creepy aus. Oh mein Gott. Zenyatta. Mal gucken. Hat der irgendwas? Ja, der hat auch was. Oh. Oh. So ein Skelett. Und schweben da auch noch. Oh. Alter. Das ist richtig geil. Ich grinse die ganze Zeit. Ich freue mich voll, weil das ist echt was richtig krasses. Bei Soldier weiß ich nicht, ob der auch was kriegt. Ja, der kriegt auch was Unsterblicher. Ah, alles klar. Also so eine Art Vampir, ne? Passt du ihr mit den weißen Haaren? Hansu? Ich weiß nicht, ob der auch was kriegt. Hansu kriegt was. Dämon. Boah. Fuck, Alter. Das sieht ja geil aus. Ein Dämon. Das sieht krass aus. Das gefällt mir. Nice. Kriegt McCree auch was? Ich weiß, ich gucke jetzt hier gerade rum. Ich kann jetzt eh nicht mehr viel mehr machen, weil das hat schon eine Weile gedauert hier. Nice. Gefällt mir. Ich werde im nächsten Part dann wahrscheinlich nochmal so ein Halloween-Dings machen. Und dann einfach mal so rumspielen und Lootboxen sammeln ohne Ende, weil die Lootboxen sind halt so eine Kürbisse mit Süßigkeiten drin und da kriegt man halt so Halloween-Skins und alles. Voll geil. Und ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall suchen. Also schaltet dann wieder ein und bis dann. Und dann, wenn das Ganze dann auch um die Kürbisse mit einem Schuss, Und dann, wenn es das Ganze so um 20-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30. Vielen Dank.